Wie du in jeder Lebenssituation still werden und dich nach innen wenden kannst, nach innen zur großartigen, zur einen, zu der einen Quelle. Darum geht es im heutigen Video. Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Du kannst es dem Titel entnehmen. Der Titel ist ein Zitat von Charles Fillmore. Sei still und wende dich nach innen zur großartigen Quelle. Und diese großartige Quelle ist die eine Quelle, die wir uns alle teilen. Die eine Quelle, aus der alles hervorgeht. Die eine Quelle, durch die alles gemacht wurde. Und die eine Quelle, ohne die nichts gemacht wurde, das gemacht wurde. Das ist dein Bewusstsein. Deine Vorstellungskraft. Deine Bewusstheit darüber, dass du bist. In anderen Worten, dein Ich Bin. Also wenn du alles wegnimmst, das, was übrig bleibt, Ich Bin. Lediglich die Bewusstheit darüber, dass ich existiere. Das ist die Quelle. Das ist die großartige Quelle in dir. Und egal, in welchen Lebensumständen ich mich befinde, ich kann jederzeit nach innen kehren. Ich kann jederzeit still werden. Und eigentlich ist still werden ein ziemlich falsches, also finde ich, ist nicht die richtige Bezeichnung. Weil ich werde nicht still, sondern ich bin die Stille. Denn, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich alles wegnehme, bleibt nur meine Bewusstheit darüber, dass ich bin. Also ist das gar nichts, was ich erreichen muss, sondern ich lasse einfach alles andere fallen und dann bin ich still. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das ist ein großer Fehler, den viele machen, wenn sie versuchen zu meditieren. Dann versuchen die, die Stille zu erreichen, also diesen Punkt zu erreichen, wo man keine Gedanken mehr hat oder wo die Gedanken einfach fließen können, ohne dass ich sie wehrte. Also da wird versucht, etwas zu erreichen, etwas zu greifen. Und dieser Versuch, etwas zu erreichen, ist auch schon wieder eine Identifikation, ein Versuch und geht schon wieder über mein reines Sein hinaus. Also ich bin dann schon wieder eine Aktion. Und in der Aktion werde ich nicht still sein. Ich sollte also eine Meditation ganz anders angehen. Ich lasse alles fallen und werde einfach still. Die Stille, die ich bin, in die kehre ich zurück. Das ist die Quelle, die mir inne wohnt, die ich nicht erreichen muss, sondern die immer da ist und die mir dann bewusst wird, wenn ich alles andere, jede Identifikation fallen lasse. Wie mache ich das? Ich schließe die Augen und gehe in die Stille. Und das ist völlig egal, ob ich das über ein Mantra mache, ob ich meinen Atem beobachte. Im Endeffekt geht es einfach darum, die Augen zu schließen, zu entspannen, still zu werden und mich als die Stille wahrzunehmen. Also nicht die Stille erreichen wollen, als wäre es etwas außerhalb von mir selbst, etwas, was meinem Wesen widerspricht und was ich erst erreichen müsste. Sondern die Erkenntnis, dass ich selbst diese Stille bin und dadurch, dass ich die Augen schließe und alles andere gehen lasse oder da sein lasse, ohne dass ich mich damit länger identifiziere, bin ich bereits in der Stille. Und das ist schon das gesamte Geheimnis. Geheimnis in Anführungsstrichen. Und in dieser Stille, in dieser Quelle wirst du feststellen, in diesem reinen Sein wirst du feststellen, dass egal, was dich vorher noch so beschäftigt hat, was dich vorher noch so getriggert hat, was dich vorher noch so ängstlich hat werden lassen, in dieser Stille gibt es diese Dinge nicht. In dieser Stille hast du eine pure Entspannung, egal welchem Gedanken, egal welchem Umstand gegenüber. Und aus dieser Stille heraus einen erwünschten Bewusstseinszustand zu betreten, ist einfach super simpel. Denn aus dem reinen Sein kannst du jeden x-beliebigen Zustand ohne Anstrengung betreten, weil du versuchst eben nicht länger von der Armut in den Wohlstand, von der Krankheit in die Gesundheit zu wechseln. Sondern du gehst erstmal in die Stille, ins reine Sein, wo es überhaupt keine Krankheit, auch keine Gesundheit, kein Wohlstand, keine Armut gibt und gehst dann in den von dir gewünschten Bewusstseinszustand. Das ist, wenn wir mal in Metaphern denken, Bewusstseinszustände wieder wie Zimmer betrachten, dann ist es natürlich einfach aus dem Flur heraus in ein beliebiges Zimmer zu gehen, statt von einem Zimmer an einem Ende in ein völlig anderes zu wechseln. Und dieses reine Sein kannst du wie diesen Flur betrachten, aus dem du die freie Wahl hast, die freie Auswahl, welches Zimmer betrete ich jetzt. Und darum ist es ganz fundamental wichtig, dass ich genau diesen Titel, diese Aufforderung befolge, still werde und nach innen gehe zur großartigen Quelle, zur einen Quelle. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, und dazu hatte ich auch schon mal, ist schon länger her ein Video gemacht, dass du keinen Guru brauchst. Warum? Weil alles in dir ist. Du brauchst keinen Guru, keinen Meister, nicht jemanden, der dir irgendwas sagt. Und es geht darüber hinaus noch für mich, da ist eine ganz wichtige Erkenntnis bei, egal, auch wenn du glaubst, dass du in der Außenwelt Informationen bekommen hast, also der eine Arzt, den ich jetzt getroffen habe, der mir den entscheidenden Tipp gibt, der eine Bekannte, den ich jetzt kennenlerne, der mir irgendwie diese Geschäftsidee offenbart, oder was auch immer. Das scheint dir im Außen zu begegnen, könnte dir aber im Außen nie begegnen, wenn du es innerlich nicht zuerst bewusst oder unbewusst beschlagnahmend hättest, in Anspruch genommen hättest. Und also ohne deine innere Quelle läuft nichts im Außen. Und das ist etwas sehr Befreiendes, denn du musst nicht länger in der Welt suchen nach dem richtigen Menschen, der mir jetzt diesen einen Tipp gibt, der mir jetzt dieses eine Wissen vermittelt, was mir fehlt, damit ich XYZ erreichen kann. Es ist innen. Sei still und kehre nach innen zur großartigen Quelle, zu der einen Quelle. Dir wohnt alles inne, jede Information wohnt dir inne. Und du musst sie nicht mal suchen, du musst nicht mal danach graben, sondern in der Stille kannst du einfach den Endzustand betreten. Was will ich sein? Ich will kerngesund sein. Wie wäre es, wenn ich kerngesund wäre? Mein bester Freund würde sich für mich freuen. Das ist ein imaginativer Akt, da habe ich überhaupt keine Informationen drin, wie ich denn jetzt gesund werde, muss ich aber auch nicht wissen. Denn diese Quelle in mir, die weiß es. Und indem ich einfach diesen Zustand der Gesundheit über diesen imaginativen Akt beschlagnahme in Anspruch nehme, wird es im Außen geschehen. Die Quelle wird mich im Außen führen und dann lerne ich vielleicht jemanden kennen, der gibt mir einen entscheidenden Tipp oder irgendwie so oder so oder so. Passiert etwas auf einem Weg, den ich nicht hätte selbst ausarbeiten können. Und dann habe ich im Außen die Dinge, die ich benennen kann als Ursache. Also dann habe ich diesen Arzt getroffen, der hat mit den entscheidenden oder der hatte einen neuen Therapieansatz oder diese Lösung, jene Lösung, was auch immer. Aber alles war eigentlich in mir. Ich habe den Zustand, das Zimmer der Gesundheit betreten und darum sind dann Dinge in meine Welt getreten, die zu dieser Gesundheit geführt haben. Und Dinge, die ich dann im Außen benennen kann als den Grund, die Ursache. Die Ursache ist immer in dir und darum musst du nicht im Außen suchen, sondern kannst einfach im Innen beschlagnahmen, in Anspruch nehmen, den Teil in dieser unendlichen, großartigen Quelle, die du bist, den Teil, den du erfahren willst und dann im Außen geschehen lassen. Einfach geschehen lassen, denn es geht immer von innen nach außen. Ich muss nicht um die Welt reisen und Menschen, den richtigen Menschen treffen, der mir den entscheidenden Tipp gibt oder was auch immer. Ich beschlagnahme es innen und es tritt in mein Außen. Also diese Suche beenden, diese Suche beenden, diesen Kampf im Außen beenden, das Voranschreiten wollen im Außen beenden. Und egal, ob ich gerade Ruhe im Leben habe oder ob es gerade hektisch ist, ich kann jederzeit still werden und zu dieser Quelle, in diese Stille gehen, die ich bin, in diese Quelle eintreten. Weil auch wenn mein Leben total voll Trubel ist, diese Quelle ist immer mit mir, weil ich bin diese Quelle und dieser Trubel geht auch aus dieser Quelle hervor. Also muss ich nicht erst wieder diese Ruhe erreichen, nein, ich bin diese Ruhe. Sobald ich die Augen schließe und alles fallen lasse, alles gehen lasse, ist da Stille. Vielleicht sobald ich wieder aus der Tür gehe, ist Chaos, ist viel los, ist was auch immer. Aber wenn ich alles weglasse, dann bleibt nur diese Quelle, aus der alles hervorgeht. Sobald ich die Augen aufmache, alles, was ich sehe, geht aus dieser Quelle hervor. Also ist auch alles in dieser Quelle enthalten. Im Außen gibt es also nichts zu suchen, es gibt nichts zu erkämpfen, es gibt nichts zu ergründen. Ich beanspruche es innen und lasse es dann im Außen geschehen, lasse es dann im Außen mir doppelt bestätigen sozusagen. Das war mir nochmal ganz wichtig, auch als Ergänzung zu dem Video, was ich schon mal gemacht habe. Ich brauche keinen Meister, keinen Guru, ich brauche nicht für das Thema den Experten, für das Thema den Experten. Nee, warum denn? Die Quelle ist in mir. Ich brauche nicht für das Finanzielle den Experten, dann brauche ich jemanden, der mir sagt, wie ich zwischenmenschlich richtig klarkomme. Es ist alles in mir, was ist der Endzustand, den ich erfahren will, den beanspruche ich in mir und dann lasse ich es geschehen. Punkt aus. Danke fürs Zusehen. Fragen, Anregungen, wie immer, gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Perfektor Perfektor Untertitelung des ZDF, 2020